Vor 40 Jahren beschloss eine Gruppe humanitärer Helfer, eine gemeinnützige Organisation zu gründen, die medizinische Nothilfe leistet bei Naturkatastrophen, Epidemien oder bewaffneten Konflikten. Um den Bedürftigsten zu helfen, ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Ideologie. Heute verfügt diese Organisation über eine einzigartige logistische Infrastruktur, die von professionellen Mitarbeitern aus der ganzen Welt unterstützt und von Menschen wie du und ich finanziert wird. Metazons Frontières Ärzte ohne Grenzen ist seit 30 Jahren in der Schweiz. Lerne uns kennen, beteilige dich, engagiere dich, denn zusammen bewirken wir mehr.